In den neuen Elektroheizmobilen von MobiHeat, in der sogenannten Q-Serie, werden ganz neue Regelgeräte verbaut. Man sieht hier auf dieser Seite ein altes Regelgerät, das zugegebenermaßen etwas spektakulärer aussieht. Dieses neue digitale Regelgerät kann aber tatsächlich viel, viel mehr. Zum einen kann der Heizungsfachhandwerker seine Estrich-Aufheizprogramme frei wählen, das heißt, er kann sie selbst programmieren. Früher waren drei Estrich-Aufheizprogramme hinterlegt, heute bei der digitalen Regelung sind zehn hinterlegt. Der Handwerker kann aber so viele frei programmieren, wie er möchte, frei nach seinen Bedürfnissen. Der zweite Punkt, der Handwerker kann über diesen USB-Stick sein Estrich-Aufheizprogramm auslesen. Er kann dann in einer vorgefertigten Maske sein Logo oben eintragen, kann dieses Aufheizprogramm ausdrucken und es seinem Kunden übergeben. Und der dritte Punkt, diese Regelung ist witterungsgeführt. Das bedeutet, sie passt sich an die Außentemperatur an und regelt automatisch nach oben und nach unten nach. Und wer sich jetzt ärgert, weil er vor kurzem ein MobiHeat Elektroheizmobil mit einer alten Regelung gekauft hat, dem sei gesagt, er muss sich nicht ärgern. Diese neue digitale Regelung ist problemlos nachrüstbar. Mit einer einfachen Steckverbindung kann jedes Elektroheizmobil von MobiHeat durch diese digitale Regelung ergänzt werden und entspricht so einem fast neuwertigen Gerät.